Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopp TV. Hier ist euer Fischkopp und wir spielen weiter RimWorld. Äh, schwere Krankheit? Chris? Nahrungsmangel? Extrem? Okay, bringt ihm keiner Essen oder habe ich entschieden, dass er nichts zu essen kriegt? Haben wir Operationen? Der hat ein Holzbein. Das könnten wir eigentlich übernehmen. Ne, warte mal, ich habe doch hier Arzt behandelt, aber ohne Medizin, Kräutermedizin oder schlechter. Gibt dem keiner was zu essen? Nahrungsmangel? Konnte man nicht irgendwo entscheiden, ob man dem was gibt oder nicht? Es war doch, es war doch irgendwo so. Och Mann. Ich, Mann. Ich muss das Spiel mal am Stück spielen. Ich weiß, okay. Schmerzen, Bewusstsein. Schmerzen keine, okay. Sprechen, okay. Effizienz, okay. Operationen, Aufgabe hinzufügen. Wir könnten ihm seine rechte Niere entnehmen. Ich finde das ein bisschen lustig. Äh, nee, ja. Ich meine, das irgendwann entschieden zu haben, ob wir dem was zu essen geben oder nicht. Habe ich hier Eisen? Oh nein, ich habe die Sachen hier aus Eisen gebaut. Obwohl, in Gefängnissen ist das ja so, ne? He, 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 he. Ähm, ja. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Und wer ist Jäger ohne Waffe Johnson? Johnson ist eben verreckt. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, ne? Ähm, irgendwie wurde hier unterbrochen, dass Johnson zu Ende geheilt wird. Nicht cool. Äh, was machen wir jetzt mit Chris? Was machen wir jetzt mit Chris? Kann man nehmen? Wie spiel ist das? 6 Uhr? Kann man ihm was zu essen bringen? Kann ihm irgendwer irgendwas zu essen bringen? Jäger, bewusstlos. Priosiere, füttere Chris. Bringt Essen zu Chris. Kriegen wir das hin? Ne? Warum? Warum hast du ignoriert, was ich hier gesagt habe? Fischkorb, du bist ich. Bringt, jetzt ist, ja, ist jetzt halt zu Ende. Jetzt ist zu Ende und dann... Chris, Computer, männlich. Ist bewusstlos. Können wir mal diese komische Zimmeranzeige da wegmachen? Wie habe ich das nochmal gemacht? Hier? Hier, okay. So, Fischkorb. Chris. Bring ins Bett. Bring Essen zu Chris. Bring ins Bett. Macht er nicht. Okay, er wollte hier Johnson weiter, ähm, heilen. Was auch eine sehr, sehr gute Sache ist. Äh, machen wir dann gleich noch. Element, du bist doch... Ja, genau. Du machst das jetzt schon. Sehr, sehr gut. Schöne Leute am Heilen. So, warte mal. Jetzt hast du die ins Bett gebracht. Füttere. Holt jetzt von hier oben. Ja, die Sachen können wir mal eh holen. Sag mal, Element, kannst du eigentlich... Wo willst du denn jetzt hin? Wo willst du denn jetzt ganz hin? Das Holz da unten holen. Oh no, erst mal hier die Waffel. Schwere Ausrüsten. Oh, auch nicht schlecht, ne? Ne, Trach erst mal. Trach die erst mal. Wir gucken dann nochmal, wer hier irgendwie geil ist mit Maschinenpies holen. Und haben wir jetzt gefüttert? Ne, das geht jetzt los. Okay. Wir füttere den jetzt. Und dann wollte ich gerne nochmal hier das mit dem Dingsterfeuer machen, ne? Und Yorle hat sich in ihrem Tagebuch beschwert, warum wir die Kabel nicht durch die Wände ziehen. Ich fühle das so ganz gut. Das war so beabsichtigt. Sag mal, haben wir die Regale hier jetzt gebaut? Ach, die Regale sind hier noch nicht fertig. Deswegen werden die Regale, werden die Sachen jetzt hier reingelegt gemacht. Ist okay. Es ist okay. Element, du machst das schon. So, äh... Wollen wir Shizzy vielleicht auch noch ein bisschen... Weiß ich nicht. Shizzy auch nochmal... Ein bisschen heilen, die ist ja auch noch nicht topfit. Hier. Ah ja, Fischkopf geht schon los. Hier werden jetzt Sachen gebaut. Element. Element, wie krass bist du denn? Im Fernkampf. Null. Äh... Ja, vier, acht. Mit dem Ding, alles gut. Fernkampf, nichts. Fernkampf, vier, zwei. Wow. Also, Jamie. Jamie. Holst du jetzt die Knarre hier, bitte? Mit vier geht so, ne? Shizzy hat sich vollständig erholt. Das freut mich sehr. Wer von euch ist Putzmensch? Wo ist hier Reiniger? Jolle. Wo ist Jolle? Jolle trägt Shit. Jolle, warum trägst du Shit? Warum ist bei dir Bauen wichtiger? Bauarbeiter. Achso. Ja, gut. Nehme ich. Machen wir nochmal auf zwei. Okay. Wobei, eigentlich könnte... Eigentlich könnte ja die neue, ne? Die neue. Element. Könnte mal ein bisschen putzen. Ist egal. Jolle macht das schon. Guck mal, wie viel Blut hier liegt. Und hier auch überall. Überall Blut. Es ist überall Blut. Element. Trag doch mal den Helm hier weg. Wer kriegt den Helm? Weiß ich noch nicht. Schwere Krankheit. Chris. Chris, Charakter. Oh, Fernkampf 10. Oh, den hätte ich gerne. Oh, den hätte ich gerne. Körper. Nahrungsmangel extrem. Immer noch. Okay, wer ist gerade frei? Wer ist gerade am rumdümpeln? Leute, gehen alle essen, oder was? Nee, hier wird gekocht. Nee. Es wird hier in dieses Ding was reingetan. Hier wird gekocht. Das finde ich sehr gut. Jamie ist ja der Koch, ne? Äh, Jolle, du wolltest dich gerade hinsetzen, oder so. Nee, was machst du jetzt? Gehst du jetzt reinigen? Oh, ja. Könntest du hier mal reinigen. Und dann könntest du gleich danach... Könntest du... Kannst du mal hier bitte... Entschuldigung, aber du musst da drin mal jetzt sauber machen, erst mal. Wie viel Medizin haben wir noch? 18. Das ist nicht sehr viel. Und ich hab gelesen, äh... Ihr habt mir geschrieben, ich brauche jemanden mit... Äh... Mit hier Landwirt 8. Mit Landwirt 8. Landwirt 8. Landwirt 8. Landwirt 4. 6. 4. 4. 9. Johnson! Johnson! Wir brauchen dich! Aber du bist doch nicht ganz geheilt, oder? Du hast hier doch so einen roten Klotz irgendwie... Und du trägst jetzt Steine. Wow! Johnson, ich find das sehr gut, wie du dich opferst. Ich find das sehr, sehr angenehm, weil... Wir machen ja weniger und so, ne? Und so. Aber wir brauchen nicht hier. Bist vollständig geheilt. Geht nicht. Nicht verletzt? Wieso ist denn hier so ein roter Strich an deinem Namen... Deinem... Deinem... An deinem Namen! Johnson! Ich habe soeben entschieden... Bin ich blind? Da. Computer. Ist rot. Ich weiß auch nicht, warum. Eins. Okay. Damit sollte Johnson von vornherein ganz ein... Oh, was ist denn hier? Ach so! Sag das doch! Eine Handelskarawane von Poet von Bach nähert sich. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Nö. Ich will die gar nicht angreifen. Was ich aber machen will, ist endlich mal das Ding hier nutzen. Einfach nur mal, um zu sehen, wie das geht. Poet von Bach war das gerade, ne? Am Wüste kontaktieren. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Wo ist Johnson? Nee, du bist doch Landwirt, Johnson. Hier, wir brauchen... Wir brauchen die Kräuter. Wir brauchen die Kräuter. Okay. Fischkopf ist da. Banker. Fischkopf ist übrigens Banker. Gemeinschaft am Wüste. Stadt der Outlander. Ruf der Kolonie. 37. Neutral. Soziale Fähigkeit 10. Rose Solane. Begrüßt Fischkopf. Misstrauisch. Und fragt nach seinem Begehr. Geschenk anbieten. Benötigt 300 Silber in der Nähe eines Funkfeuers. Nicht genug Silber. Jetzt. Warum geschenkt? Ich will mit denen handeln. Ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt hier... Wenn wir das erstmal haben. Also sofort los handeln können. 300 Silber in der Nähe des Funkfeuers. Nicht genug Silber. What is going on? Okay. Und das hier ist ja Stahl. Nicht Silber. Wir haben noch Bauteile. Silber 500. Silber 499. Okay. Das bedeutet für mich, ich muss hier Orbitales Funkfeuer bauen. Und dafür nutzen wir die Bauteile. Nehme ich mal an, glaube ich. Ist das nicht so? Und... Baut hier eigentlich... Ist hier jemand eigentlich am Sachen abbauen? Johnson, säst... Säst du gar nicht? Passiert hier irgendwas eigentlich mal? Wow. Wow. Und haut gleich wieder an. Johnson. Ach, ne. Landwirt. Ist doch richtig. Ich dachte gerade Frostwirt, Landwirt. Ne. Was macht die da? Was macht die da? Freizeit. Ich glaube, es hackt. Okay, Moment. Ich muss... Wollen wir hier... Pflanzen entfernen. Johnson, warum... Johnson, wir brauchen... Johnson, habe ich mich irgendwie vertan? Landwirtschaft 9. Heilwurzel? Mindestens Fähigkeit 8. Haben wir. Johnson. Gehe sehen. Sehe doch noch mehr. Wieso macht Johnson das nicht? Okay, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Die muss sich da irgendwie selber für entscheiden. Das ist ja wohl... Das ist ja... Das ist ja Humbug. Das ist ja übelst. So, warum baust du jetzt hier großartig ab? Wir brauchen halt jemanden, der sich jetzt mal beschäftigt damit. Die Bergarbeiten fertig zu tätigen hier. Sowas. Okay, es ist okay. Mir wurde... Mir wurde... Mir wurde gesagt... Dass das Ding hier genug Strom macht hier. Und dass hier erstmal nichts nachwächst. Okay, das wurde mir nicht gesagt. Aber es sieht ja dann da raus, als wenn hier erstmal nichts nachwachsen würde. Die Gräser machen wohl auch nichts. Die Batterien sind schon langsam voll hier. Wir können mal gucken, dass wir das hier mal erweitern, das Gebäude. Oh, Strukturen. Schieferblöcke. Uh. So, 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 so. So, 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 so. Wir können es auch direkt... So direkt... Riesig machen, ne? Und dann machen wir nämlich... Einen Stützpfeiler... Lassen wir hier. Wir können sogar einfach... Pass mal auf. Wir reißen nur das hier ab. Und dann machen wir das hier so. Und dann machen wir hier auch nochmal eine Tür rein. Machen wir das so. Okay, okay. Ist das Ding hier mal fertig? Warum nicht? Warum ist das so nicht fertig? Wo ist die Rolle? Was will die Rolle hier drüben? Nur ein Grab bauen, oder was? Die Rolle. Machen wir hier... Das Funkfeuer fertig. Fischkopf. Kannst du mal bitte hier handeln? Mit, äh... Weiß ich nicht. Mit wem handelt man hier? Okay. Sowas. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas von denen abfuchsen können. Guten Tag, hallo. Wie spät ist das? 19 Uhr. Easy. Wow. Gay. Meine Fresse. KI-Persönlichkeitskern. Kostet aber 6000 Mark. Glitzerweltmedizin? Was zur Hölle ist Glitzerweltmedizin? Okay. Nehmen wir, oder? Kostet 87 Mark. Schinzschiller. Was können wir denn mal verkaufen? Bauteile auf gar keinen Fall. Bauteile würde ich gerne kaufen sogar. Die haben 14 Stück. Okay, lass uns mal 6 Bauteile kaufen. Oder 8. Das kostet halt 245. Ist okay. Acht Bauteile ist okay. Dreifach Raketenwerfer. Oh mein Gott. Armprothese kostet 300. Uran-Skulptur. Würde 10.545 kosten. Wir haben doch hier Uran, oder nicht? Vielleicht können wir ja auch mal so einen Scheiß bauen. Schocklanze. Geil. Tierstörwelle. Wegwerfartefakt, das jedes Tier in der Region in einen menschenjagenden Wutanfall versetzt. Ich finde das geil. So, und dann wurde mir auch erzählt, Tiere kann man zähmen und ganz gut verkaufen. Das sieht auch danach aus. Stoffhose bringt nicht so viel. Kamelhaar, Stammeskleidung. Das kommt jetzt auch nicht so super. Okay, wir machen das so. Die Medizin und die Bauteile. Hier ist kein Strom. Oder brauchen wir Strom? Really? So. So machen wir dies. Und dann müssen wir auch noch Befehle. Nicht jagen. Holz hacken. Und Pflanzen entfernen. Und da wir das jetzt so gemacht haben, müssen wir es doch andersrum machen. Ich vergesse immer, wie das geht. Und jetzt hier Holz hacken. Okay. So. Was sagt jetzt hier das Feld? Gar nichts. Gar nichts. Was ist das hier? Ein Wildschwein. Jagen, bitte. Ähm. Was ist das hier nochmal? Ein Riesenfaultier. Das würde ich gerne zähmen. Warnung. Tiere der Gattung Riesenfaultier können angreifen, wenn das Zähm fehlschlägt. 2,50% Chance. Wer ist denn sehr... Oh, oh. Wieso waren die gerade ausgeblendet? Shizzy und Jorle? Ich weiß es nicht. Wer ist denn mit Tieren gut? Jorle? Shizzy geht so... Fischkopf gar nicht. Jamie? Johnson. Oh, Jamie. Wow. Okay. Ich glaube, das Schwein ist tot. Jamie muss, glaube ich, mal Waffen wechseln mit irgendwem. Übrigens. Mit Shizzy. Okay, Jamie. Ähm. Wie kann man denn die Waffe ablegen? Lass schwere Maschinenpistole fallen. Shizzy. Lass Überlebensgewehr fallen. So, jetzt hier F. 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 Shizzy. Schwere Maschinenpistole ausrüsten. Jamie. Überlebensgewehr ausrüsten. Hallo, hallo. Okay, das lief überraschend gut. Und... Und dann machen wir mal hier Tierpfleger. Jetzt haben wir natürlich keinen Koch mehr, ne? Jamie wird die Tiere zähmen. Sowohl die Tiere zähmen, als sie auch schlachten. So ist er drauf. Das ist krass. Aber manchmal müssen Sachen krass sein. Ist er immer noch halbtot? Wo ist der Fischkorb? Der treibt sich rum. Wo bist du denn unterwegs? Geht etwas spazieren. Bring Essen zu Chris, Digga. Bring Essen zu Chris. Wir sind nicht so. Ähm... Jamie? Gehst du pennen? Sieht so aus. Okay. Dann, äh... Lass uns diese Nacht hier mal vorüber schreien. Vorüber... An uns vorüber ziehen. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag so bringt. Vielleicht... Vielleicht werden wir endlich mal hier Kontakt knüpfen mit irgendwem. So richtig? Und Geschenk machen. Ne, oh, Geschenke machen. So ein Quatsch. Ach, Chris kriegt noch was zu essen. Oh, ist das lecker. Nahrungsmangel immer noch. Aber warum muss ich jetzt... Warum muss... Warum muss ich, äh... Dem jetzt manuell Essen geben? Wer ist denn hier Aufseher? Fischkorb hat schon zu viele Einser hier. Schneider. Das ist ein tapferes Schneiderlein, ne? Das ist ein tapferes Schneiderlein. Ähm... Das hier sollte ich übrigens hochsetzen, hat man mir gesagt. Weiß nicht. Sollte ich auch auf Eins machen? Habe ich gehört. Das möchte ich jetzt nicht tun, irgendwie. Ähm... Wer hat denn hier nochmal... Hier ist... Bei Yorl ist noch nicht so viel los, was Einsen angeht. Aber die kann auch gar kein Aufseher sein. Jamie hat ein bisschen Bock. Aber Jamie ist ja jetzt gerade der Tierzähmer auf The Death des Todes. Hm. Weil wir haben ja halt auch keinen Bergarbeiter jetzt hier. Soll Yorle Bergarbeiter sein. Und dann ist... Fischkorb Aufseher. Okay. Handelskarawane zieht weiter. Und, äh... Ja. Und dieser Tag geht zu Ende. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war der Fischkorb. Bis dann. Und... Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.